... ... ... ... ... ... Kommst du wieder mit in die Stelle? Komm! Lass dich abholen von mir. Komm ja, ganz nah. Komm! Komm zu mir in mein Baut in sein Haus. In meine Bauten von mir. Zieh deine Regenkleidung an, komm, hast du auch so eine hell tolle Regenjacke, die so supertolle Geräusche macht. Und eine Regenhose, die sich auch noch dazu richtig gut anfühlt. Das hier heute ist wieder ein Wunschvideo, Wunschvideo, Wunschvideo. Ordne mit mir durch, komm rein und aus. So, noch mal rein und aus. Konntest du dich entspannen? Bei Rainfield Sounds und vielleicht sogar bei Wassergeräuschen im Hintergrund. Ich hoffe, es hört sich für dich gut an und ich habe heute neue Handschuhe in einer tollen Farbe. So, noch mal rein und aus. Schaut jetzt bestimmt ein bisschen lustig aus, was ich hier mache. Mach mal auf Wunsch. Zeig ich meine Handgelenke und den Handschuhen. Und die Handschuhe auch hinher. Ich versuche jetzt mal, den Wasserhahn aufzudrehen. Und die Handschuhe unter den Wunsch. Und die Handschuhe ist super gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, it's yours. Yeah. Cool. Yeah. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit diesem, finde ich, hört sich der Sound an der Mousse und der Hautmousse besser. Und das ist mit dem Dippen-Gummelansch. Der ist doch hier, sie wird am Mousse zu sehen. Sieh mir langsam von den Händen zuziehen. Sieh mir langsam von den Händen zuziehen. Ich habe noch zwei Wunschjacken. Die beiden Jacken, ich glaube eine hast du schon mal gesehen in einem Outdoor Video. Das war der Wunsch, dass ich die nochmal anziehe und damit Geräusche mache. Und ich glaube die zweite Outdoor Jacke kennst du noch nicht. Das ist jetzt keine Regenbekleidung, aber ich finde die blaue solltest du auch sehen. Diese hier ist meine absolute Lieblingsjacke. Diese hier ist eine sehr gute Idee. Diese hier ist eine sehr gute Idee. Diese hier ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich wende diese Farbe raus, so schön. Und du bist ja auch schon. Somit sportfähig. Und jetzt möchte ich dir noch die letzte zeigen. Die blaue, ich glaube die hast du noch auf gar keinen oder gar keinen Video von mir gesehen. Ganz stark gefüttert. Die kalte Daumen. Die Daumen raus. Die Daumen raus. Die Daumen raus. Hört sich aber auch super toll an Hört sich aber auch sehr gut So du, ich hoffe, du bist jetzt schon in die Entspannung langsam geglitten, hast jede Art von Anspannung von dir geworfen, bist nur komplett bei dir, vielleicht sogar im Reich der Träume. Ja, die Zeit mit dir vergeht zu schnell, aber du weißt, ich komme wieder. So, wenn du aufgeworfen bist, höre ich mich, du weißt, über einen Entspannung langsam nach Ruhm und Freu. Wenn du neu bist, kannst du hier wohl kostenlos ein Abo da lassen. Aktiviere die Glocke. Dann kann ich jetzt ein und ich immer wieder neu entspanne. Ja, danke für deine Lieben und für die wunderschönen Kommentare immer. So, ja, dann ist alles gesagt und das war heute, heute gestehe. Bye-bye.